Unsere Stadt braucht Kämpferinnen. Was mir wichtig ist, rausgehen, bei den Menschen sein, zuhören und lernen und das dann in Politik verwandeln. Für mehr Gerechtigkeit gegen Kinderarmut. Kinderarmut ist die größte Ungerechtigkeit, die sich dieses reiche Land leistet, aber nicht mehr leisten darf, liebe Freundinnen und Freunde. Unsere Stadt braucht faire Mieten. Für alle. Wir werden Miethaie zu Fischstäbchen machen. Und eine gerechte Verkehrspolitik. Auch für Fahrräder, auch für Schulkindern. In der Politik gibt es viele Widerstände, aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wählen Sie am 24. September grün. Für Berlin. Untertitelung. BR 2018 cristCola幅